Das hier ist für alle, die einen Kfz-Betrieb führen oder auch noch selbst mit in diesem Betrieb anpacken. Ja, egal ob du jetzt selbstständig bist oder wirklich schon ein Unternehmen aufgezogen hast mit mehreren Mitarbeitern, mit mehreren Filialen sogar schon. Oder selbst wenn du Techniker bist und hier arbeitest, bei jemandem angestellt bist in der Branche, auch dann ist dieser Podcast was für dich. Wir werden hier systematisch behandeln, was ist vielleicht schiefgelaufen im Kfz-Handwerk in den letzten zehn Jahren. Wir werden hier Punkt für Punkt abarbeiten, auf welcher Ebene du gerade bist und für jede Ebene was dabei, egal ob du alleine bist, viele Mitarbeiter hast, viele Filialen hast. Wir werden hier alle Herausforderungen ansprechen, die dir als Kfz-Betrieb begegnen. Und du wirst dir ganz genau mitnehmen können, wie du was verbessern kannst. Ja, das ist nämlich genau das, was wir herausgefunden haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.